die leute was wir sind wieder am start bei ich hab jetzt ein paar Tage Pause gehabt und zwar am Wochenende und soviel ich weiß ist mir scheißegal und soviel ich weiß haben wir jetzt den kompletten Schrei und dann haben wir gesagt jetzt stürzen wir uns erstmal in eine Gilde und ich will zuerst in die dunkle Bruderschaft genau nördlich von Weißlauf soll die beginnen am besten da können wir uns hin kutschieren lassen schauen wir mal KD Weißlauf ich kenn mich null aus Windhelm Einsamkeit ich glaube wir lassen uns einfach mal hin kutschieren und dann und dann schauen wir weiter nördlich auf der Straße soll was passieren laufen wir mal zu unserem Taxi echt mieser Dienst hier kommt nichts zur Tür wie sonst aber naja dafür bringen wir uns ja zu n gewissen Preis überall hin ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen so warum können wir das was wisst ihr über Weißlauf nun ich weiß dass die Gefährten hier beheimatet sind ihre Methalle Jorwaske ist das älteste Gebäude der Stadt es gibt eine schlimme Fede zwischen zwei Familien den Clans der Graumähnen und der Kampfgeborenen seid dort lieber vorsichtig den Rest erzählen euch die Bewohner ich würde beim Wirt in der beflagten Meere oder beim Schlossvogt beginnen ok wohin soll es gehen zum besorgten Ort Weißlauf ist das keine können wir da nicht hin oder wie so jetzt müssen wir nochmal gucken hier Falkenring ok ich will aber nach Weißlauf wo ist das so was ist das ist blöd da kann man nicht weiter raus zoomen riften bin ich jetzt blöd das Weißlauf gar kein da ist eh Weißlauf was bin ich denn für ein Trottel wir sind schon im Weißlauf naja nach Norden bis dann die Straße nach Norden Westen Norden ich glaube jetzt mal so und sobald es rechts irgendwo eine Bewegung gibt haben wir nicht irgendwo unser Pferdchen das wäre natürlich jetzt richtig geil aber das können wir uns nur klauen oh da steht einer ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand ne stellen tun wir noch nicht dann laufen wir mit der Fußmaschine die meisten müssen wahrscheinlich eh schon auf wen wir treffen aber ich lasse es noch im Geheimen ich will da nichts vorweg nehmen kein Spoilern und so die dunkle Bruderschaft das ist eine Gülde die ich auch ausnahmsweise mal komplett durchgespielt habe bei Skyrim aber ich glaube Mittergild die bis Gilde die einzige und die Hauptquest habe ich nicht weitergemacht wie jetzt also jetzt bin ich auf aktuellstem Stande zumindest was die Hauptquest betrifft immer so nach Norden ausschalten da sieht man schon den Weg da die Tumor auch noch fertig machen irgendwann da aber jetzt nicht ah da ist ein eine Ruine was bist denn du na schön gebt mir eure Wertsachen sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch äh er werde sterben geht sofort es ist nicht so aus als hätte ich Geld dafür habe ich keine Zeit wir schüchtern in einem aber mir jagt ihr keine Angst ich werde euch nicht noch einmal fragen äh eher würde ich sterben dafür habe ich keine Zeit wir gehen fort wir hätten nie herkommen sollen oh er geht ganz schön ab hier aber wir haben unsere heimekraft und er geht ganz schön ab äh wakischer Dolch hu jetzt können wir doch dann bald mit Dolchen spielen tja der kommt uns wirklich gerade richtig gelegen der kann uns ein bisschen ausrüsten zack aber was ist da jetzt der Unterschied die ist besser beschlagene kaiserliche Rüstung ist aber bloß teurer deswegen oder was 10 gut die ist besser Waffen so jetzt haben wir zweimal den Dolch ich glaube das machen wir so favorit alles klar gut so mal wieder die Welt verbessert ein Dieb weniger und wir haben auch noch was dazu bekommen ich habe den Entschuldigung ich habe den Timer wieder total vergessen vor der Aufnahme habe ich noch richtig dran gedacht aber ich vergesse das immer total da ist die Straße nach Norden ich glaube da sind wir richtig da halten wir es noch ein bisschen fern und dann wird es wieder eine Überlängenfolge eigentlich schon normal aber was soll's so da vorn ist wieder einer da schleichen wir uns aber jetzt ran am helllichten Tage ganz klug von ihm vielleicht macht es so ein, zwei Skillpunkte aber was soll man gleich oh das ist so ein Dieb den knall ich gleich mit dem Bogen eins in die Fresse Assassine komm her oh der schaut auch nicht grad viel Schaden austeilen das läuft doch ganz gut hier Notiz des Assassinen der dunklen Bruderschaft ok dann war das anscheinend das jetzt haben wir können seine scheiß Kleidung nicht benutzen die wäre richtig geil die lesen wir natürlich gleich ich kann die Waffen nicht wegpacken so jetzt nach voller Adrenalin konnte ich die Waffen nicht wegpacken so jetzt lesen wir mal die Notiz Notiz alles klar wie befohlen sollt ihr Darius um jeden Preis umbringen das schwarze Sakrament wurde vollzogen jemand möchte diese Armee diese arme Person tot sehen wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten ein Misserfolg kommt nicht in Frage Astrid also da will uns ja schon einer umbringen spielen wir noch gar nicht so lange und schon haben wir einen Auftragsmörder an der Backe aber leider hat er mich nicht mitgenommen das haben wir vereitelt so nach Norden ich bin gespannt ob da noch was kommt denn bis jetzt haben wir noch keine wie würde ich sagen keine Quest zur dunklen Bruderschaft bekommen ich schaue mich schon immer um ob wir irgendwas sehen aber ich bin jetzt richtig neugierig was da oben ist so eine kleine Staubmannsgrabe entdeckt hängen muss ja jetzt schauen wir noch weiter so viele schöne Sachen hier wären wir nie fertig so ich glaube hier ist ein wow ok so zack den hauen wir mit dem Ork Dolf weg da ist aber auch nichts nur so ein scheiß zack alles klar naja wenn wir schon hier sind komm dann komm dann reiß mal ein Stück hier oh Meister oh mal schauen ich probier's bis wir sechs Dietriche brechen aber da können wir auch gut skillen hier zack oh ich dachte für Meister sind wir natürlich noch nicht geeignet oh fast also jetzt müssen wir es probieren ja ich habe nicht mal gerüttelt hier ah komm schon nein ungefähr wissen wir es jetzt komm ah immer weiter wird es immer weiter nein das war zu weit jetzt muss ich damit irgendwie hier auf meinem Bildschirm malen damit ich weiß wo das war hier jawoll nice Eisenhelm ist uns zu schwer schleichen wird um 20 Uhr jawoll äh Ring der geringen Schmiedekunst Waffen und Rüstungen können um 12% verbessert werden geil hat sich doch gelohnt dass wir hartnäckig geblieben sind ach das war eine Bekleidung so aber wir wollten eigentlich was anderes hier haben wir da eine Quest bekommen ok 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 nein ne 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 jetzt haben wir mal eine Stufe wir wollen mehr Ausdauer hier ähm schleichen haben wir jetzt 30 da brauchen wir aber 40 ok das machen wir eh alles voll haben wir gesagt huh so jetzt schauen wir mal bei leichte Rüstung was haben wir hier ja das einhändig Kampfhaltung mächtige Angriffe mit Einhandwaffen wir brauchen 25% weniger Ausstau ja gut dann lassen wir den Punkt mal äh die Quest die tun wir mal weg hier genau jetzt haben wir hier schon neutral westlicher Bochturm Weißlauf weiter rein zoomen können wir nicht dann reisen wir nochmal nach Weißlauf weil anscheinend will die dunkle Bruderschaft uns beseitigen das wäre dann richtig vorteilhaft wenn wir beitreten würden aber mal gucken ja jetzt sind wir innerhalb wir wollten außerhalb hätte ich direkt auf Weißlauf sollen jetzt schaue ich mal hier in diesem schlauen Buch wo alles drin steht wie wir da am besten laufen äh nach äh Straße nördlich hoch nördlich von Weißlauf in der Nähe des Lohreishof hofs beginnen da ist doch irgendwie so ein scheiß Hof müssen wir auch mal gucken ja ob das jetzt der Hof da war ist aber nicht nördlich hm 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 oder müssen wir einfach einen umbringen so wie äh Oblivion Stelle von der Weißlauf das müsste unser Pferd sein oder bleib stehen zack scheiß Pferd das sind jetzt das für Hufe ne das sind andere ups so nicht das das dann reiten wir mal da in diese Richtung jetzt sind wir eh im Pferdchen so was ist das für ein Hof ah ja nein 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 wir haben aber keinen Hof hier entdeckt müssen wir hier vielleicht können wir ja ein bisschen erkunden das wird dann die Erkundungsfolge danach informiere ich mich besser so jetzt reiten wir schneller wir haben auch nicht ewig Zeit aber das Pferd ist echt minderwertig so richtig beschießen jetzt laufen wir mal quer fällt ein einfach springen tut es auch wie so ein nasser Sack Straße nördlich da 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 haben wir uns rüber gebackt so wo haben wir denn da einen Streeß genau schöner Nebel da ist ein so ein Troll Wichser sind es aber ich kann hier besten Willen keine Straße erkennen komm lass mir Ruhe hier jetzt gib Gas Pferd also ich glaube das sind keine Straßen wir sollten einfach mal einen ermorden so hinterrücks das sind noch mehr das sind Krebse was ist denn da los da reiten wir mal hin ja steig halt ab spaßt du verpiss dich so wir helfen jetzt einfach mal den anderen wer bist denn du kaiserlicher Soldat und weg mit dir so was macht ihr hier kaiserliche Angelegenheiten geh weiter ne ich halt mit einem von denen kaiserliche Angelegenheiten kaiserliche Angelegenheiten geht weiter Alter monoton hier oder was da schauen wir jetzt rein jetzt sind wir neugierig Lager stehender Strom oh Gott ne 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 das müssen wir verlobene kleine Hure bald ist nicht von mir könnte von jedem sein nicht einrostigen Septim von mir bei den Göttern nein ja ja doch bei den Göttern doch er hat richtig viel dabei er war richtig schwer angezogen mitnehmen mit so ja jetzt schauen wir uns einfach mal das an damit wir auch ein bisschen Action in dieser Folge haben ein bisschen Action das ist gar einst bei der Golde ja ist nicht im Golde des Frühlings ins Frostverkehr man braucht eine scharfe Axt um durch das ganze Fett zu schneiden oh ok jetzt beeilt euch schon wenn wir dieses Ding zerlegt haben müssen wir uns immer noch um einen Händler in der Grube kümmern Der ist ein Händler, den könnten wir retten. Ich schieße mal auf den da. So, die kommen jetzt alle hier. So, jetzt glaube ich kommen wir nicht so... Oh, ich hänge! So, jetzt bin ich richtig angepisst, ey. Der Hurensohn hat mich voll eingezwingt hier. So, Zaubertränk, jetzt berügen wir uns erstmal wieder. Jetzt tun wir ein schönes Gif drauf. Kreaturen, aha, aha. Das tun wir drauf, ja. So, und jetzt brauchen wir nur Zaubertränk der Gesundheit. Ja, den machen wir mal. Und zack. Zu besterben. Noch mal alles rausbauen. So, jetzt laufen wir mal. Zack. Jetzt können wir die, äh, Zeit nutzen. Und ein bisschen heilen. Ich wollte eigentlich gar nicht raus. Aber wir haben jetzt den toten Händler gefunden. Oho. Alter, willst du mich verarschen? So, es ist gut, dass jetzt dann, äh, Aufnahmepause ist. Weil... Warum sind das? Ach. Gottchen, ey. Weil der eine das mit dem Gift ist. Und der andere nicht. Sinds auch besser lösen können. Ich hab so das dumpfe Gefühl. Na ja. Jetzt machen wir da... Jetzt schießen wir den einmal an hier. Und bevor ich überhaupt weiß, wo ich bin hier. Ich weiß nicht, mit dem Funken würde es auch gehen, aber... So. Ach, Mann. Das ist wieder eine Fail. Fail-Aufnahme hier. Aber jetzt haben wir es auch geschafft. Mammut-Rüssel. Ja, das brauchen wir nicht. Ne, der hat lauter Meht, 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 ja. Wie er gesungen hat. Das ist noch irgendwo einer. Äh, Schutzgeist bescheuert. Ah, cool. Walzkette ist schleichend. Mal Bekleidung. Wo ist sie denn? Walzkette des Schleichens. Boah, man hat weniger Gesundheit, ne? Ich glaube, wir bleiben mal bei Gesundheit. Haben wir eh die Schleichstiefel an. Ah. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Ah, hier schleicht sich wohl ein Mörder herum. Ne. Was? So, schauen wir mal, ob wir uns das anschleichen können. Mal wieder. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Oh. Ne, ne. Einfach rüber, zack. Easy peasy. Schwerrüstung. Schwerrüstung brauchen wir nicht. Schauen wir wieder mal die Drücke. So, da ist er. Alles klar. He, der hat ein Beil. So, jetzt können wir in so eine Ruhe. Oben noch, äh, hier nach oben schauen. Das war anscheinend so eine, die haben äh, verbranntes Buch. Schwarz gearbeitet hier. Mit Mammut. Da habe ich auch was gesehen. 17 nur. Ja. Jetzt schauen wir noch da wohin. Zack. Himmelsrand. Ja, da ist einer in die Falle gegangen. Aber sonst, gell? Den Hirsch. Ja. Okay. Lager stehender Strom. Gut, dass wir den, äh, zuvor gekommen sind. Den. Kaiserlichen. Sonst hätten die alles weggesnackt. Und ich glaube nicht, dass die so. Legal und so sind. Die stecken schon was in die eigene Tasche mit rein hier. Überall die ekligen Rüssel hier. Ja, ich habe es im letzten Augenblick gesehen. Ja, gut. Schau mal da. Schau mal, was gibt es da. Auch nichts Gescheites. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Von Skyrim. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.